Okay, es geht weiter in der Wald der Illusion 3. Okay, komm jetzt. Oh, war das nicht diese... Ach, ich wusste es doch. Die komischen Seifenblasen-Ding-Level. Was hab ich jetzt grad gedrückt, dass ich gerade runtergefallen bin? Aber es fängt ja gut an. Okay. So. So. Weg mit dir. Komm an Joshi. Und... Dankeschön. Just what I needed. Ähm, ja. So. Fick dich doch ins... Egal, ich zieh jetzt. Wegen euch Bastardos hab ich jetzt mal Joshi verloren. Der mir sehr wichtig war. Ähm. Hier war irgendwas. Hier war irgendwas. Warte, war da nicht dieser komische Eishockey-Typ? Nein, das war nur ein Shucky. Okay. Okay, geschafft. D-d-d-d-d-d-d-d-m D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Bam! Oh, yeah. Warte, führte jetzt der Weg. Ach, so, okay. Verstehe. Verstehe. Okay. Aber wie fühlt er den Weg nach unten? Das ist das wahre Problem. Ähm, ja. Kein Kommentar. Kein Kommentar, was gerade passiert ist. Kein Kommentar. Scheiße. So. Du elender Bastardo. Warum das Shaki rote Augen? Achso, ich glaube, ich habe das jetzt langsam raus. So. Ich brauche dir mal kurz einen Speicherpunkt zum Sichern. Ähm, in die falsche Richtung gehst du da. Aber egal. Unfähiger Arbeiter. So. Oh. Verdammt. Verdammt, ich will die Wolke haben. Wolke, bleib hier. Yeah. Wolken Mario. Denn, 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 denn. Warum lässt du mich jetzt in den Stich? Ach, komm, hör auf. Leck, Eier. Denn, 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 denn. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. 95. Okay, das geht jetzt sehr gut voran. Ähm. Okay, das haben wir jetzt auch. Aber wie fühlt der da weg? Fick dich doch ins Knie. Okay, so. Hier muss doch irgendeinen Geheimweg geben. Ich kann, das wäre die einzige Erklärung, aber ich will den Pilz haben. So. Es muss einen Geheimweg geben. Ey, du kannst mich so doll am Arsch lecken, das weißt du nicht. Du weißt es nicht. So. Ey, jetzt auf einmal fängen die Fails an, oder wie? Okay. Okay, jetzt fangen wir jetzt einfach mal fängen die Fails an. So. 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 Okay, das haben wir auch. Okay. Okay. Was war das jetzt wieder? Du. Ach, komm. Fick dich doch ins Knie. Hab ich den nicht gerade davor getötet? Warte, ein Rohr war doch ein komischer Weg drin. Ach komm, du bist weg. Irgendein komisches Rohr hat mich da weggeführt. Das nicht, okay. Wo war der verdammte Geheimweg? Ach so, da war der. Ja, ist klar. Ist klar. Ich krieg noch die Krise. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Ja. Mir fehlen genau die Worte. Ich brauche einen komischen Wolken-Chucky. Ähm. Ähm, ja. Wieso hat der Bastard so rote Augen? Ist er von Satan besessen oder was los? So. Ähm, ja. Kommst du her? Chucky. Das war jetzt dämlich von mir. Ey. Wo hat mich das eigentlich hingeführt? Ist aber egal. Puh, auf dem Gesicht. Boah, hey. Komm jetzt. Ich krieg noch die Krise. Das ist nicht gut. Oh, sonst ticke ich auch aus. Oh, das war knapp. Oh, ich schwirr mal einfach ganz oben. Dann kriegst du mich nicht. Oder ist das ein sehr dummer Fehler, den ich jetzt begehe? Ich weiß es nicht. Was zur Hölle? Ich muss mich verarschen. Achso, okay. Ich verstehe. Ey, wo bist du? Komm her. Ich muss dich missbrauchen für eine gute Tat. Ach, ich bin so dämlich. Komm her, du elende Missgestalt. Komm her. geschafft. Ja. Ich hab die Koppa gut missbraucht. Ach, 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 ach. Okay, jetzt geht's zum komischen Waldgeheimnis. Das Waldgeheimnis. Oh, scheiße. Das war dieser Kack. Oh, verdammt. Verdammt. Ähm, ja. Okay, ein Leben dazubekommen. Juhu. Das bringt mir aber auch nicht so viel. Außer ein Pilz. Und. So. Den, den, den. Den, 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 den. Den, 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 den. Haha. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Ähm. Okay, drei. Ich hab total vergessen, in den anderen Levels die Münzen zu sammeln. Feuere mal einfach Feuerbälle ab. Und. So. 28. Den, 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 den. Yeah. Yeah. Bonus-Game. Okay. Jetzt hab ich... Ähm, ja. Zwei Stück dazu hab ich 50. So und so. Ganz schön. Den, 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 den. Bäm. Warte, wie viel Punkte hab ich? Verdammt. Boah, ey. Waldgeheimnis. Komm weiter. Ich will diese Rerons noch diesen Level schaffen. 50 Leben. Okay, da gibt's auch das, da gibt's auch noch die Burg. Ach, Kacke. Verdammte Kacke. Das ist nicht gut. Das ist, oh, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das ist einfach nicht, das ist einfach nicht akzeptabel. Verdammte Kacke. Ähm, bin ich am Ziel? Nein, es kommt noch mehr. Wer hätt's gedacht? Ach du Scheiße. Ich scheiß auf die... Joshi-Münze. Ähm, zielen. Dankeschön. Lass mich verarschen. So. Ähm, ja. Kein Kommentar, wie ich das jetzt gerade geschafft habe. Hier kommt irgendwas. Ich wusste es doch. Das wird böse enden. Ehm, wie kann ich mich an diesen Abschnitt gar nicht so richtig erinnern? Habe ich den so verdrängt oder was? Das war ein traumatisches Erlebnis, dieses Level. Okay, komm, habe ich auch. Komm, Kettensäge. Anscheinend nicht mehr. Ähm. Was ist da ganz hinten? Wieso bin ich so neugierig? Sag mal. Kann alles mir das sagen. Wieso bin ich so neugierig? Ach, jetzt muss ich die ganze Kacke nochmal machen. Oh, ich wäre so am Ziel angekommen. Ach so. Verstehe. Ich habe es verstanden. Da ist die, ähm... Diese Scheiße mit dem... Äh, also die Scheiße mit dem... Ach, wie soll ich sagen? Mit dem komischen Schlüssel... Um das Sternenlevel zu erreichen. So, 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 so. Verdammt. So, dankeschön. Komm her, komm her. Komm her. Ich bringe dich um. Aber ich schaff das. Oder, wartet mal. Okay, es geht weiter. Ich hab die Scheiße versucht. Ich scheiß auch für dich. Die Leute, die das wissen wollen. Da hinten ist der komische Schlüssel, um das Sternenlevel-Ding zu erreichen. Ich hab's nicht geschafft. Mit Tastatur funktioniert das einfach nicht. Und ich... Mach einfach jetzt mein Ding hier und... So. Okay, komm. Ach, komm, hör auf. Du bist sowieso gleich tot. Und, so. Yeah, yeah, yeah. Din, 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 din. Guck in den Himmel. Ich schaffe es einfach nicht mit, dass du das so schaffst. Dass du, ähm, diesen Sternenlevel zu schaffen. Das geht einfach nicht bei mir. Hä? Was zur Hölle? Ich dachte... Was gibt's da hinten denn? Ach, der leckt mich doch am Sack. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Ich bin dämlich. Ich bin einfach dämlich. Okay. Jetzt müssen wir nur hier. Walte Illusion 3. Das noch schaffen und den komischen Boss. In diesem Level. Hier gibt's bestimmt auch irgendeinen Schlüssel. So. Komm, so. Ähm, so. Und rauf mit dir und essen wir das auf. Bevor er irgendwie explodiert. Dankeschön. Ach, komm, wir fliegen einfach rüber. Komm ich da rein? Nein. Das ist jetzt so dämlich. Er fällt absichtlich in den Tod. Ach, komm. Ich weiß, wo bin ich. Wieso bin ich gestorben? Wieso bin ich gestorben? Ich wollte das nicht tun. Aber jetzt bin ich tot. Ich krieg den Pilz da oben. Danke. Aber ich weiß echt nicht, wo der Geheimausgang ist. War es hier? Oh, zum Teil, wie war der Geheimausgang? Warte, war es nicht einer von diesen komischen Schlüsseln hier? Ähm, ich meine... So. Ähm, irgendwie hab ich seine Explosion gestoppt. Du! Okay, das hab ich auch jetzt gemacht. Obwohl das mir jetzt irgendwie nichts gebracht hat. Außer eine kleine bisschen Selbstbefriedigung. Nicht wie ihr jetzt denkt. Ähm. Ähm, ja. Okay. Klar, ich guck mal gleich... Ich guck mal nach. Also, bis gleich. Okay, ich hab's rausgefunden. Danke dir, Lucifo. Wenn du irgendwann mal dieses Video anschaust... Ich danke dir. Du hast mir den Weg... Äh, du hast mir den Weg gezeigt. Den Weg erleuchtet. Und... Okay, hier war es nicht. Aber erstmal diese Schackis. Verdammt. Ähm, ja. Warte mal. Ähm. Hallo? Willst du mich verarschen? Ach, so eine Kacke. Voraussetzung, ich muss groß sein. Scheiß Rassisten. Haben immer was gegen kleine Menschen. Mann, oh Mann, oh Mann. Warum kann er dir diese Drehattacke dann? Also den Drehsprung. Wenn er das nicht mal richtig einsetzen kann. Soll es den Spieler irgendwie motivieren? Ja, er kann den Drehsprung. Du kannst alles mit ihm machen. Und... So. Weg mit dir. Meins, meins. Dankeschön. Ach, jetzt muss diese Kacke... Ja. So. Und so. Komm weiter. Komm weiter. Irgendwas habe ich runtergeschluckt. Weil ich auch geschluckt. Sowieso immer zu viel. Ähm. Ey, gib mir Kekse. Ey, dankeschön. Sehr liebensfreudig. Die macht eine... Die macht eine Rute und... Ach, scheiße. So. Okay, komm. Ich will diesen Bastard... Ähm. So, geschafft. Also, ich will den Boss auch noch in diesem Part beenden. Komm, weiter, 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 weiter. Und dann geht's in den nächsten Part mit Chocoland weiter. Chocoland. Und... Ach, du heilige Kacke. Ich muss nicht aufpassen. Ich darf keine Fehler machen. Ähm, ja. Chocoland. Choco, Choco, Chocoland. Choco, 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 Chocolade. Choco schmeckt. Choco ist gut. Choco ist gut wie die Haut. Das weiß ich von Frauen. Hey. Ähm. Warte, hier gab's doch diese... Morschigen, äh, Stachis. Also welche, die runterfallen. Ach, da sind... Da ist ja schon einer. So. War ja nicht so schwer zu erkennen. Okay, das hab ich jetzt auch ges... Achso, okay. Okay, das geht's dann so weiter. Ähm. Okay, die Teile können mich nicht töten. Ach, du heilige Kacke. Bravo. Was? Hab ich alle Münzen gesammelt? Ohne dass ich das gemerkt habe? Und hab ich das gerade in einen Zug geschafft? Oh, scheiße. Es wird immer enger hier. Aber egal. Ich hab's geschafft. Din-din. Din-din-din-din-din-din-din-din-din. In zwei Parts haben wir sehr viel geschafft. Hm. Sehr gut. Oder drei Parts? Hm. Okay, rote Joshi. Danke. Und danke sehr. Ähm. Hallo? Hallo? Bombe? Terroristen? Hahahaha. Hochgenau. Mario und Luigi konnten den verschlungenen Pfaden des Waldes der Illusion entkommen und Roy Cooper in Festung Nummer 5 das Ende bereiten. Die gefällig- und genüssliche Schokoinsel ist das nächste Ziel der Helden. Chokolade. Ey. Und weiter. Und im nächsten Part geht's hier weiter im Schokoinsel 1. Tschüss.